Liebe Weidhofenerinnen und Weidhofener, der Advent hat begonnen und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und dieses Fest hat neben der religiösen Bedeutung für die Familien auch ganz immer einen besonderen Sinn und auf den freue ich mich. Wenn es dabei aber Menschen gibt, denen es nicht so besonders gut geht, freue ich mich aber auch, die Aktion 50 für 2015 unterstützen zu dürfen. Musik